Letztlich mit vielen Fehlern und eben auch einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Aber die zweite Hälfte ist dann wieder von Rapid bestimmt. Auer auf Gita Gava, Pfultas 2-1 Rapid. Schenkli wohl an die Hand, für Schiedsrichter Lechner kein strafbares Handspiel. Und danach Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif. So haben es die Umparteiischen wohl nicht gesehen, wissen ja auch nicht, dass dann ein Treffer entsteht. Und so gilt der Treffer, der letztlich auch glücklich zustande kommt. Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif. Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif. Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif. Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif. Gita Gava mit Übersicht und Handel lenkt den Ball unhaltbar für Lucif.